Ja, wir sind wirklich sehr zufrieden mit der Entwicklung. Wir haben derzeit über 450 Schulen, die Leon nutzen und wir haben rund 630 Schulen in Tirol, doch mehr als zwei Drittel, die unser Service jetzt abonniert haben. Ein absoluter Erfolg, eine absolute Erfolgsgeschichte. Als mir das vor zehn Jahren vorgestellt wurde, dieses Projekt, habe ich eigentlich das Potenzial schon erkannt und es war da oder dort natürlich auch in den Schulen eine gewisse Skepsis vorhanden, ob das denn funktioniere, von dem üblichen Medienverleih jetzt auf ein Medienportal umzusteigen. Leon ist nicht mehr wegzudenken aus einer modernen, zukunftsfähigen Bildungslandschaft, weil wir wissen, dass Lernen und Lehren nur mehr möglich ist, wenn auch die modernen Medien dabei sind. Lehren ist ja derzeit eine Anwendung für die Lehrperson und wir überlegen schon, es gibt so erste Anfragen, dass auch Schüler, Schülerinnen das nutzen können und dafür werden wir die Möglichkeiten schaffen. Wir haben hier eine Vorreiterrolle und ich möchte mich hier einfach bedanken, denn es hat sehr viele Beteiligte gegeben, die die Umsetzung dieses Projektes ermöglicht haben. Natürlich das Medienzentrum, allen voran mit Michael Kern, dem ihr großer Dank gebührt, aber auch das Tiroler Bildungsservice, die Datenverarbeitung Tirol, der Landesschulrat, die Bildungsabteilung, die Gemeinden, die für Infrastruktur gesorgt haben und natürlich die Pädagoginnen und Pädagogen Rahmenbedingungen zu schaffen ist das eine, aber diese Rahmenbedingungen mit Engagement und Leben zu erfüllen ist das andere und das passiert bei uns.